Hello! Willkommen zurück in Fallout 4 Survivor Mode. Hi. Hast du mir was zu sagen? Mhm. I love you. Was denkst du so über unser Verhältnis zueinander? Wir schlagen uns ziemlich gut, würde ich sagen. Und in diesem Drecksloch von Welt heißt das was. Sonst nichts weiter. Kein Problem. Oh, yeah. Wo sind wir hier? Wir sind hier in Linwoods. Um was geht's hier? Nichts mehr. Nein, jetzt gehen wir nicht rein. Wir gehen einfach mal drauf los. Nein, da gehen wir noch nicht hin. Das ist zu weit weg. Nee, hab ich noch keine Lust. Boah, das machen wir ganz bestimmt nicht. Ja, später mal. Demnächst. Gleich. Äh, äh. Paladin Dance. Volt 88 und die Karawane. Ich bin im Norden. Das wäre das nächste. Ich müsste aber mal mit Nick Valentine dahin gehen. In die Richtung. Äh, nee, Minute Man hole ich nicht. Einfach der Nase lang. Äh, könntest du noch was tragen? Sind die Gegner hinüber? Hallo? Äh, ja. Ach ja, hier ist noch eine Todeskranne. Äh, äh, wo bist du Sau? Ich weiß, die ist hier. Schloss jetzt mit der Plackerei. Ich will nur noch zum nächsten Wasserloch. Hallöle. Kali, Kali. Geh mal zum Milchhaus. Wozu die Mühe? Ist doch Müll. Ich würde es wegwerfen. Ach. Das nehmen wir mal alles mit. Und es ist bestimmt keine Mühe. Nö, ihr. Das wär's. Na, spring doch. Spring. Ja, hier gibt es noch was. So, wunderbar. Hm, man sollte speichern. Ich bin kein Russenscheisser. Nee, nee. Sterben oder Leben. Halt. Was macht das? Uhu. Hallo? 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 So. Wunderbar. Heute geht's. Jetzt gibt's noch ein bisschen Feuer bei. Nö, das ist nix. Das geht. Atombunker für kleines Gäckchen. Wollt ich dir das Hirn zermatschen? Lass uns damit sein. Wollt sie nicht! Ah Great, wo bist du? Fühlt sich viel besser an, danke Bitte schön Gern, geschehen Komm mal her Hier Äh, das da Das, 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 das Und das, das Hey Schnapp dir was nützliches Mach ich Schnapp dir irgendwas Gutes Kein Problem Schnappst dir Mach ich, Boss Hol das Mach ich Bring's her Mach ich Schnapp dir was nützliches Jo, verstanden Schnapp dir irgendwas Gutes Mach ich Schnapp's dir Kein Problem Nein 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 aber den scheiß hier das mache ich was guckst dir an mache ich was bringt es hier kein problem schnapp dir was nützliches mach ich ich hab dir irgendwas gutes mir deutlich Spiel und ich hab mirу das koks dir an ich hab mir рублей ihr nicht zum ко제를 menschen Dankeschön. Habe ich bei den Nakanos eine Matratze, aber die ist sicher schon weg. Du willst doch einem Mädchen nicht wegziehen, oder? Das hat sicher wehgetan. So, wollen wir mal schauen. Alles klar. Das ist noch einer. Das ist noch nicht sicher. Das ist noch nicht sicher. Das ist noch nicht sicher. Oh Das war's für heute. Dem Nächsten, der mich vögeln will, verpasse ich einen Tritt dahin, wo's weh tut, wenn du verstehst. Warum geht's so langsam? Mano? Adrenalin hab ich noch. Lethargy. Lethargy. Müde. Scheiss egal. Woca-Cola. 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 Okay. Woca-Cola. 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 Woca-regular. Da habe ich nicht hier eine Matratze hingeschmissen. Bist du etwa nostalgisch? Dafür gibt es wohl immer ein paar Kronkorken. Ups. Äh, hab ich das lege lassen? Scheint mir so. Okay. Nee, nicht schon wieder hinsetzen. Habe ich das beim ersten Mal legen lassen? Den habe ich vergessen. Ja, bin ich unterwegs. Alles klar. Ja. Ja. Gut. Okay, du bekommst doch gleich was zu tragen. Wunderbar. Hey, was gibt's denn? Komm mit. Hier drüben. Ja. 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 Ja.